Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Aufnahmesession von Mima Minecraft, liebe Freunde! Jo, äh, was haben wir in der letzten Aufnahmesession so alles gemacht? Ähm, einiges würde ich sagen, wir haben hier echt viel mit den Schienen gemacht und so weiter und so fort. Und ich wollte da jetzt heute auch mal ein bisschen weiter fortsetzen, sag ich mal. Ähm, und zwar, achso, wir brauchen ja jetzt im Prinzip eigentlich nur noch Holz, ne? Wir brauchen ja gar kein Gravel mehr, wir brauchen ja Holz. Äh, ja, bin immer noch so ein bisschen, naja, äh, erkrankt, kränklich, whatever. Ich arbeite ja jetzt auch bei der Deutschen Bahn, wie ihr sicherlich wisst, als Wagenmeister und, ja, macht Spaß, macht Spaß, muss ich schon sagen. Beziehungsweise, ich mache meine Ausbildung zum Meister und ich, äh, ich bin noch nicht direkt Meister, aber ich mache es, ich mache es gerade, weißt du? So, wir haben Eisen im Inventory, das ist gut, das ist schön, das ist schick, da machen wir uns doch, oh. So, dann machen wir uns doch mal hier zwei, drei, ja, komm, drei, drei Äxte. Eins, zwei, drei. Und dann holen wir uns mal ein bisschen Fichtenholz da oben. Haben wir noch, nein, haben wir nicht, okay. Habe jetzt auch schon längere Zeit wieder Minecraft nicht aufgenommen, beziehungsweise ich komme jetzt nur noch selten zum Aufnehmen. Hatte ich ja schon in einem Infovideo vor, ich glaube, zwei Monaten oder so. Äh, ein Monat, zwei Monaten angekündigt. Ich komme nur noch sehr, sehr wenig zum Aufnehmen. Und, ähm, ich hoffe, dass trotzdem alles weiterhin läuft und alles weiterhin, ähm, ja, aufgenommen werden kann von mir soweit. Dass es da keine Lücken gibt, keine Interferenzen und so weiter und hast du nicht gesehen und sofort und so, ne. Wenn ich ab und zu mal huste, dann ist es, weil ich immer noch krank bin, wie ich gerade eben angesprochen habe. Da tut es mir natürlich leid, aber daran kann ich auch nichts ändern. So ist das Leben nun mal, hart aber herzlich. Und, ja, im Hintergrund hört ihr gerade einen Fan-Made-Soundtrack von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Und ich weiß nicht, ob ich, äh, es mache oder ob ich es schon gemacht habe. Ähm, ich habe ja die Beta aufgenommen. Sagen wir mal so, sagen wir mal so. Ich habe die Beta von, von Elder Scrolls Online, äh, aufgenommen und ich bin mir halt noch unschlüssig bis jetzt, ähm, ob The Elder Scrolls Online von mir auch let's playt werden soll. Ich werde es mir auf jeden Fall besorgen. Und, ja, ob ich das let's playen soll oder nicht, das steht in den Sternen, das weiß ich noch nicht. Bock hätte ich schon auf jeden Fall schon, aber, naja, wenn ihr halt am Anfang das let's playen würdest, dann, ne, ist es ja so, dass sie, ähm, YouTube damit überschwemmt würde und, 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 das hast du nicht gesehen und pipapo. Also würde ich das wahrscheinlich ein bisschen rauszögern und nicht sofort, ähm, ja, zocken, anspielen, äh, let's playen, whatever, sondern vielleicht ein bisschen warten. Oder halt vielleicht schon mal vor, vorab ein bisschen aufnehmen und das dann halt später freigeben, wenn der Hype vorbei ist, so nach ein, zwei Monaten oder so, weil, ne, ihr wisst ja, wie der Hype so ist. Also sprich, das müsste ja jetzt theoretisch bald kommen. Ich habe ja, ähm, so viel vorproduziert, dass ich bis, lass mich jetzt nicht lügen, äh, bis Mai, ne. Okay, Januar, Februar, Januar, April, bis Mai komme ich damit aus mit meinen vorproduzierten Folgen, glaube ich. Und deswegen, ähm, 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 theoretisch könnte oder sollte es eventuell schon laufen, das let's play. Wäre ja vielleicht auch nicht so verkehrt. Aber, wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, ihr wisst ja, oder, ja, habt ja mitgekriegt, da ich jetzt eine neue Arbeit habe, beziehungsweise meinen Meister mache, weiß ich nicht genau, wie ich immer Zeit haben werde dafür, für Videos machen und so weiter. Und deswegen, ähm, gehe ich ab und an mal ein bisschen in Vorproduktion oder, ähm, ja, Vorproduktion auf jeden Fall, wie hier in Minecraft, weil es lohnt sich einfach, wenn man hier wie in Minecraft in Vorproduktion geht. Dann, äh, kann man wenigstens sich auf die anderen, äh, normalen Let's Plays noch konzentrieren, die anderen Projekte und so weiter und so fort. Und hab ja noch ein paar andere Let's Plays, ähm, auf Tasche, sag ich mal, die auch noch kommen werden, die jetzt auch schon ein bisschen was älter sind. Die schlummern jetzt auch schon ein bisschen was auf die Platte rum und warten nur darauf, dass sie, ähm, freikommen. Freu, ich bin frei. Oh, hier ist sie. Hab ich die schon mal entdeckt? Ja, ne? Ich glaub schon. Und ja. Mal schauen, wie sich das halt alles ergibt. Das werden wir erst in Kürze sehen. Und, ja. Man kann ja nie in die Zukunft schauen. Man weiß ja nie, was passiert, was passieren wird. Und, und, und. Darum möchte ich mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und einfach nur das mal so mitteilen. Gut, was gibt es sonst noch Neues in der Welt, in der Spiele, außer dass jetzt Alice Crowns Online draußen sein müsste, wenn ihr diese Folge seht. Ähm, ne, die ist auf jeden Fall draußen, wenn ihr diese Folge seht. Ähm, was gibt es denn doch so aus der Welt der Spiele zu berichten? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, WoW, Warlords of Draenor, die Beta, ähm, müsste jetzt auch wohl starten oder hat gestartet. Weiß jetzt gerade nicht. Ähm, Warlords of Draenor ist das neue WoW-Add-On. Darüber haben wir, glaub ich, schon mal berichtet. Oder hab ich schon mal berichtet. Bin mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, auch nicht so schlüssig. Ob ich da schon drüber berichtet habe oder nicht. Und wenn nicht, dann habe ich es zumindest jetzt gemacht. Und jetzt hat auch gerade das Handy zweimal vibriert. Wahrscheinlich wieder meine Fahrgemeinschaftsgruppe. Äh, was? Was für ein Rucksack-Slot? Ich hab'n Rucksack? Hä? Okay. Ich hab' da ne Idee, wofür das ist. So, aber vorher machen wir jetzt hier nochmal, zack. Und zack, das sollte doch hoffentlich reichen an Baumaterialien. An, ähm, an Baumaterialien für die Unterkonstruktion der Schienen, so. Lalalala. 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 Ähm, ich bin gerade was am Überlegen. Ob ich darüber berichten soll oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm. Ähm, ja, ich könnte es theoretisch machen. Ähm, wenn ihr aktuelle Themen über, und aktuelles wollt. Ja, lieber sehr, sehr, sehr topaktuelles. Weil, wie gesagt, meine Minecraft-Folgen sind momentan so weit in Vorproduktion, dass die halt nicht wirklich topaktuell sein können. Was die Themenbereiche angeht, von, von Gaming und so weiter, von Neuerscheinungen etc. pp. Und, ähm, dann solltet ihr wahrscheinlich eher in Pixelmon vorbeigucken. Weil Pixelmon ist, äh, die Folge, die jede Woche aufgenommen wird. Und, ähm, ja. Ne? Das wird halt jede Woche aufgenommen. Und da wird halt über, äh, Gott und die Welt über Aktuelles gesprochen. Und, ähm, ist halt jedes Mal topaktuell, weil wir nur für eine Woche aufnehmen. Manchmal haben wir ein bisschen Vorproduktion für zwei Wochen, aber das war's dann auch wieder. Trotzdem bleibt es ja topaktuell. Und, ähm, da erfahrt ihr dann halt alles topaktuellere. Und, nun ja. So sieht's aus, so ist es. Und, ja, was bleibt mir da noch anderes zu sagen, außer schaut dann bei Pixelmon vorbei, oder? Ihr schaut halt hier weiter. Aber hier ist es momentan so, dass halt sehr viel in Vorproduktion ist. Und deswegen, äh, natürlich nicht immer alles aktuell gehalten wird. Oder aktuell, aktuell gehalten werden kann. So, jetzt ist es raus. Und ich will die ganze Zeit Shift drücken für das Inventory. Ich weiß auch nicht warum. So. 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 Ja, Schienen rein da. Erstmal rein. In die gute Stube. Wir müssen sowieso noch Gold finden. Huch, da ist ja eine Fackel im Wege. Ja, wir müssen ja eh eh noch Gold finden, damit wir hier, ähm, sämtliche, ähm, sämtliche, ähm, sämtliche, 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 sämtliche Booster-Rails noch volllegen können. Weil wir haben jetzt nur noch fünf und dafür reicht es definitiv nicht, die Strecke. Eine hat, es hat sich ausgegangen, die zweite leider nicht mehr, sozusagen. Ja, und deswegen hauen wir jetzt hier erstmal nur die normalen Schienen rein und später dann nochmal die Booster-Rails. So. Einmal ist verlegt. Einmal Abdallah. Huch, da ploppt was raus. So, die Crafting-Box müssen wir jetzt leider dann auch verschieben. Ähm, die Frage ist, wie wir das hier später machen. Ob wir das so machen. So. Hm, ich überlege gerade, ob wir das so machen. Ich muss da mir nochmal die genaue Streckenführung angucken. De facto, das muss ja hier auch de facto raus. So. So. Ja, zuletzt war ja auch der Kuro Daitzu dabei. Hat mich sehr gefreut, dass er bei meinen Videos mal mitwirken konnte. Ist immer sehr spaßig, immer sehr lustig mit ihm. So, jetzt ist natürlich die Frage, machen wir es entweder so zu, dass die beiden hier, ne, eine Kurve ergeben. Oder machen wir das so zu, dass die Inneren sich miteinander verbinden und die Äußeren sich miteinander verbinden. Das weiß ich natürlich jetzt gerade nicht. Das müssen wir später nochmal schauen. Vorher möchte ich hier nochmal ganz gerne weitere Schienen verlegt haben. Aber die Schienen gehen mir jetzt auch langsam, aber sicher aus. Ich glaube, ich habe da aber noch welche, oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich habe ja noch ein paar, ähm, zum Erstellen, sag ich mal. Ich gucke mal, ob ich hier noch welche in der Kiste habe. In derweil nehme ich einen Schluck von meinem heißgebrauten Lieblingsgetränk, meinem Lieblingselixier. Ach ja. Und weißt du, was ich mir jetzt auch angewöhnen muss, seitdem ich bei der Deutschen Bahn arbeite? Nicht das Hochziehen. Nee. Ich muss mir angewöhnen. Oh, ist das dunkel. Und am Regnen, wie aus Eimern her. Ich muss mir angewöhnen, langsam zu arbeiten. Ja, ja, ja. Aber dazu erzähle ich gleich noch was. Erstmal gehen wir jetzt hier gucken, ob hier noch ein paar Schienen reingepackt worden sind. Durch Zufall. Negativ. Ist ja da noch irgendwie Eisen oder sowas. Negativ. Okay. Bist der Creeper, Mann. Du bist doch nicht ganz gescheit in der Birne. Ach, weißt du, was ich, glaube ich, wieder vergessen habe auszustellen? Dass Creeper nicht explodieren können. Das vergesse ich irgendwie jedes Mal. Beziehungsweise nicht, dass die nicht explodieren können, sondern dass die, äh, Mobs spawnen halt, ne? Also Mob, 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 äh, Creeping. Wow. Von oben kommt Spider-Man an. Alter Schwede, sehr schön. So, und dann gehen wir jetzt mal wieder nach unten. Rumpelipumpel. Nach Rumpel. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Hab ich, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Hui. 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 Jetzt werden wir eh gleich angehalten. Und jetzt geht's erstmal durch. Bis zum Ende. Auf der Strecken, auf diesem Streckenabschnitt. Und mein Texturenpaket hab ich leider immer noch nicht weiterführen können. Das wollte ich ja eigentlich mittlerweile schon längst mal gemacht haben. Aber ich bin irgendwie noch nicht da wirklich zugekommen. Ah, hier sollten wir vielleicht noch eine reinhauen. Die Booster Rail. So, und dann von hier nochmal nach da. Ja, ja, die Booster Rails müssen wir echt auch noch machen. Das wird auch nochmal ein Häufchen Arbeit. Ach ja. Wie ist das schön. Ach, was? Nein, 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 nein. Ich wollte nicht aussteigen. Ach, hier kommt eh nicht so weit. Ohne mich. Tja. Wäre sie mal bei mir geblieben. Zack. Hatten wir hier noch die Schienen? Nein, hatten wir auch nicht. Alter, schwere, woher haben wir die Schienen eingeblieben? Naja, warte, machen wir hier noch zwei Lohren rein, so lange mal. Eine habe ich ja stets am Manne. Och, jetzt hörst du wieder den Regen. Jetzt wird es wieder laut. Entschuldigung. So, da kann ich jetzt aber momentan auch nichts dran ändern. Und das will ich auch nicht. Scheibenkleister. Ach du Scheiße. Moment mal eben, ich muss mal ganz kurz hier. Moment, ich bin sofort wieder für euch da. Kleinen Moment, meine Leute. Ich habe hier gerade meinen Kaffee fast umgehauen und leicht beschützt. Und deswegen, meine, ich würde es nicht auch normal sagen, aber... Ich habe hier Angst. So. Mit. So. Und zwar habe ich gerade gesagt, falls ihr es gehört habt, falls nicht oder so, ne? Ich habe gerade aus Versehen meinen Kaffee verschüttet oder leicht verschüttet und ist jetzt mal kurz weggemacht. Also, wenn ich mir nämlich einen Schluck genommen habe, oder beziehungsweise nehmen wollte, bin ich da falsch gegengekommen. Nicht an den richtigen Henkel gefasst, so zu sagen. Und hier sind auch keine mehr drin, ne? Echt nicht. Echt nicht. Echt nicht. Hey, nein. Ich brauche doch Schienen. Schienen. Ähm. Ähm. Schienen? Schienen. Ich hatte doch letztens hier noch welche drin oder habe ich die alle schon mit rausgenommen? Oder liegen die in der anderen Kiste da hinten in einem anderen Lager aus? Ich weiß es nicht. Und hier ist nur Glas. Hier sind dann die Federn. Warte mal. Ne. Mir war gerade so, als hätte ich noch welche im Inventar. Und dann ist hier Leder. Bla, bla, bla. Nein. Nein. Und. Hm. Und irgendwie ist die Musik gerade sehr laut. Und Starbound. Auf meinen Ohren jedenfalls. Machen wir mal. Machen wir mal hier. Die. Machen wir mal die so lange. Starbound kann ja gleich nochmal kommen. Okay, dann hatten wir das hier tatsächlich nicht mehr im Lagerhaus. Hoppen wir mal eben rüber. Alles verpixelt gerade. Naja. Boah, ist das dunkel hier wie im Bärenarsch, ey. Boah, weißt du denn, wie so ein Bärenarsch aussieht? Ich bin ein Bär. Ich war hart wie ein Bär. Ich hab drei Haare auf der Brust. Ich bin ein Bär. Ich hab eine Kralle. Ich bin ein Bär. Du hast eine Schnalle. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär. Naja, egal. So. Rumpel die Pumpe. Da ist auch nichts drin. Mein lieber Pumpe. Da ist nur ein Lapis drin. Und wenn ich mich immer noch fragt, wofür ich das brauchen soll, wenn wir schon so viele haben. Mein Gott. Absolut nichts. Naja. Dann hauen wir mal hier das eben rein. Gucken wir nochmal hier drüben. Ah ja, guck mal. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Das letzte unserer Art. Wir brauchen mal wieder Eisen. Oh, wie war das denn nochmal? So. Jawohl. So, gucken wir mal. Oh, 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 oh. Viel zu laut, viel zu laut, viel zu laut. Aha. Huch. Jetzt hab ich aus Versehen das weggeklickt. So. Da haben wir erstmal wieder ein paar Schienchen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. In dem Falle ist natürlich Rückstoß nicht so toll, aber naja, was will man machen? Jetzt geht auch schon die Sonne wieder auf. Oh, wo kommst du denn her? Sag mal, wo kommst du denn her? Ja, aus Arschhausen, bitte sehr. Seid ihr da? Le, auch so grau. So, erstmal wieder hier unten hin. La, 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 la. Ich brauch auch wieder eine neue Maus. Mir ist nämlich meine Maus letztens verreckt. Muss ich mir auch noch eine neue holen. Ich hab jetzt momentan eine ganz alte, keine Gaming-Maus. Und eine stinknormale, ja, was ist das? Laptop-Maus oder so. Ja, und, ähm. Da muss ich mir erstmal wieder eine neue holen. Und das werde ich jetzt auch bald tun. Aber ich weiß noch nicht genau, wann. Das ist immer gut, ne? Ach ja. Und ich fahr, fahr durch die U-Bahn, die, 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 die strecke testen mal gucken wie weit die uns jetzt schon führt wir werden auf jeden fall noch sehr oft hier hin und her fahren müssen